Willenjagd Es sieht auch nicht sicher hier aus. Los geht's. Diesen Weg. Die nächste Passage. Wann wird es öffnen? Kurz. Wir sind endlich angekommen. Hm, schön. Erinnert mich ein bisschen an Dark Souls. Jo. Schön. Ich bin froh, dass du es erinnert hast. Elven-Architektur ist ein bisschen mehr sophistisch als du. Oh, wer ist das? Und warum sind sie hier? Ja. Wie ist das? Nichts mehr. Ich sehe, ich habe ein Tender Spot. So, wir können uns den Subjekt, schau wir? Wird ein Drink? Ja, ja. Kann ich nicht Vodka? Oh, ja. Ich weiß, dass du nicht das Filz, wie es ist. Hm. Hm. Ich muss sagen, dass du hier herrschst. Das ist ziemlich eine Überraschung, Wälder. Übrigens. Interessant. Interessante Angelegenheit. Du denkst, Avalach ist ehrlich mit dir? Ich bin nur interessiert. Nein. Eieiei. Nur aus Neugier. Ich glaube nicht in allen Problemen. Nein. Aber Honestheit ist nicht ein Fassel von deiner Spezies. Also, du kommst zu spüren, es wird dir nichts bekommen. Eieiei. Rassismus. Ja. 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 Neuromancer. Hm. Hm. Meine Intuition war korrekt. Das wird interessant sein. Oh, ja. Tatsächlich. Wir sind noch mal freundlich. Noch sind nämlich sie freundlich. Better believe it. This way, please. Witcher Geralt. Ein wahrer Mann von Aktion. Kann ich wissen, wo wir gehen? Zu der Welt der Yen Shea. Direkt diese Zeit. Lass uns gehen, bevor irgendwelche Schäden kommen. Hm, Picasso. Abstrakte Kunst. Ich kann mit dem Zeug nichts anfangen. Ich finde Naturalismus viel besser. Im Prinzip so ziemlich alles, was als moderne Kunst zählt, ist so... Ja. Ich kann genauso gut in der Dose kacken. Danke sehr. Naja. Aber egal. Ich sollte jetzt nicht von Kunst reden. Ich warte, bis es lädt. Bis wir dann in der Welt der N'Say sind. Und dann den... guten Gales. Der diesmal nicht in Rüstung steckt. Und nicht für die wilde Jagd reitet. Sondern... in Zivil ist. Und ein bisschen mit ihm zu unterhalten. Ah, oder auch nicht. Karin Tilly. Zirilach. Ich nehme es, dass ich keinen Geist erwähnt habe. Grüezi, Ziril. Also, es ist wahr. Der Zivil hat den Fokse befriert. Es gibt nichts, was du tun kannst, um uns auf einen anderen zu machen. Havallach hat dich schraubt. Hast du nicht erinnert? Ich habe versucht, dich zu schraubt, unseren König zu schraubt. Sie hat dein Körper wie ein Pferd. Ich erinnert. Aber ich erinnert auch, was du erwähnt, Eredin zu machen mit mir, als ich bin caught. Und ich erinnert, was die Red Riders gemacht hat in Kaer Morhen. Ich habe hier nicht gekommen. Die Begründung, was du? Wo ist es? Du wirst es sehen. In deinem Traum. Ah, ja. Du bist näherer, Mann, Sir. Visionen, die nicht verarbeitet werden können. Willst du mir zeigen, wie Eredin unser König zu schraubt hat? Was dann? Bin ich, um die NL gegen Eredin zu schraubt? Um eine Revolution zu schraubt? Und um unser neuen König zu schraubt? Nö, du wirst tun, was du willst. Das stimmt. Du wirst, was du willst. Wenn du entscheidest, um die Regiside zu schraubt, dann wäre es. Du wirst nicht sogar überrascht. Sehr gut. Habt dein Orakl in den Tränen von meinen Königs letzten Momenten besprochen. Wir werden alle tränen, um sicherzustellen, dass es keine Verständnis gibt. Warum nicht? Wborn von Munchen Der Hand ist die Regiside zu schraubt. Wir gehen. Wo ist die Regiside? Von Munchen, bei einer Regiside? Wir gehen. 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 Der König ist tot. 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 Ein neues Portal für Tir Naliya wird öffnen. Ich werde es stabilisieren und du zurück. Komm mit mir. Jo. Der König ist tot. Der König ist tot. Der König wäre wie er ausgeschlagen. Der König wäre wie ein General. Der König hätte gesagt, dass wir ihn loslassen würden. Verdammt, wir sollten ihn verpasst. Bis zum Räumen. Avalark weiß ihn besser. Wir hören ihn, wenn er wieder zurück geht. Sprechen über den König... Mhm. We shall draw Erodin's ship to a bay along the coast of Bundvik. We will wait in ambush, lay a trap. When the King of the Hunt arrives, we will spring it and kill him. Just like that. Defeating Erodin will be no small feat, but we will accomplish it. Find the sorceresses of the Lodge and we'll meet at the port. Then we sail to Skellige. Alles klar. Die Story spitzt sich zu. Ich bin gespannt, dass du dich umsetzen musst. Als ich letzte Mal in Overgrad hatte, habe ich meine Behandlung von Problemen. So habe ich gehört. Ein paar Leute helfen mir dann. Andere nicht so viel. Jetzt meine ich, sie zu retten. Kommt mit? Ich liebe dich umsetzen, aber ich muss etwas zuerst machen. In diesem Fall erwarte ich dich da. Der Markt in Gildorf. Alles klar. So, Quest aktualisiert. Letzte Vorbereitung. Das Gedöns mit Avalach haben wir geschafft. Das hat alles gepasst. Der General der Wilden Jagd, Gals, ist nicht mehr General der Wilden Jagd. Er unterstützt Eridin nicht mehr. Mehr. Naja. Das ist doch schon mal ziemlich gut. So, ich habe wieder ein paar Schwerter, wie sie gedöhnt, angesammelt. Und das verbesserte Katzen-Silberschwert und Tegre. Ne, den zählt als Hexer-Ausrüstung kann auch eingelagert werden. So. Komm. Eieiei, schwere hin, das fällische Rüstung. Sechs-Gewicht. Woher habe ich denn so viel Gewicht? Ah, das Ding hat 17. Ja gut. Dann müssen wir mal kurz zu einem Schmied gehen und denen ein bisschen hier das Zeug andrehen. Unser guter Freund Ibeer Hattori wartet wie immer diese Straße entlang. Und vielleicht hat der Laden ja sogar schon geschlossen, weil es einfach dunkel und nachts ist. aber das werden wir nur herausfinden oder können wir nur herausfinden. Wir können es wieder hinkriegen. Und Hattori ist noch am werkeln. Grüß Gott, Ibeer. Grüß Gott, Geralt. Wie kann ich mir mit Hilfe sein? Was hast du an der Arbeit? Dann geben wir ihm erstmal hier alle Rüstungen, die ich habe. Auch die Neckarlederstiefel. So, schön. Und dann hier noch ein bisschen ein paar Schwerter. Ja, das ist alles schlechter als das, was ich habe. Kann er mir noch eins irgendwie abkaufen? Eieieiei, 1250. Ne? Die ganzen Schwerter sind zu viel wert. Er hat nicht mehr genügend Geld. So, dann gehen wir noch in Richtung Gildorf, um ein kleines bisschen der guten Siri zu helfen. Gildorf ist hier. Und wenn wir dann dort sind, meditieren wir bis zum Tagesanbruch, helfen dann noch ein kleines bisschen der Siri und gucken dann, was so das weitere Vorgehen bringt. Welchen Leuten Siri irgendwas zurückzahlen will oder noch helfen will, die ihr damals geholfen haben, Mal sehen, mal sehen. Na, wie war die Bank? Ach ja, da kann ich auch hingehen. Wie kann ich das ganze Zeug umtauschen? Ich will was Geld umtauschen. Ich habe ein paar Kronen, die ich in Krone konvertieren würde. Du kommst zum richtigen Platz. Eine bessere Kronen, die du nicht in der Stadt findest. So, wie viel habe ich umgetauscht? Plus 400 Kronen. Fast 500. Ist gut. Oh! Schön, schön. So, damit habe ich ja wieder gut Geld. 24.000. Das ist doch schön. So, wie komme ich jetzt am besten nach Gildorf? Probieren wir es mal hier durch. Hier links hoch. Und ich hätte ins Team Offline gehen sollen, bevor ich gespielt hätte. Oh, bevor ich angefangen habe zu spielen. So, hier ist Gildorf. Marktplatz. Ziemlich viele Hexenjäger, die hier rumstehen. Warten wir bis zum Tagesanbruch. Und da steht unsere gute Freundin maskiert. Oh, das ist klar. Gehen wir. Gehen wir den Weg. Wir beginnen mit den Bitten. Wer werden wir besuchen? Du sehen. Hm. Ja, mal sehen. Almost there. Wo sind wir genau hin? Äh, da geht es nicht zu Honson. Alles klar. Warum machst du das wieder? Ich will ihn in den Augen sehen. Was dann? Ich weiß nicht. Es ist wichtig, was ich sehe. Gehen wir es raus, Leute! Ich weiß immer noch nicht, warum sie als Exoron... Egal. Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Wenn er so gemacht hat, kann er nicht wiederholfen werden. Was ist das? Du schaffst, was du für mich getan hast. Ich würde deine Worte sehen, wenn ich dich wäre. Witcher! Es ist alles deine Schuld. Habe ich, du Scheiße! Ich habe nichts mehr left. Nicht ein verdammter Schrapp. Menschliche Dignität left. Nein! Du kleine Scheiße! Sie verdient es. Ich bin nicht sicher, was ich machen würde. Er war bestimmt eine Option. Sie wollen auch? Nein, das ist schlecht. Wir sind hier. Ich wusste nicht was ich machen würde. Wir haben das schwer. Nur die Schmerzen sind jetzt. Wo sind wir? Der Sturgeon. Eine Frau, die arbeitet dort. Du kannst mir helfen. Alles klar. Und dafür kriegt man 200 EP? Schön. Ich finde hier nur noch 800. Dann ist Stufe 33. Diese Frau, die wir sehen werden. Wer ist sie wieder? Eine Freundin von Dandelions. Ihr Name ist Bea. Sie ist eine Beobachterin bei der Golden Sturgeon. Sie hilft mir zu kontaktieren Dandelion. Ich wünsche mir, dass ich sie bedanken. Sie hat viel riskiert. Sie riskiert viel? Wie ist das? Was? Der Tempelgarten hat mich auf meine Beobachterin. Was? Wenn sie mit mir gesehen hat, hätte sie vielleicht floggedeckt. Oder besser. Sie ist immer in Probleme. Ich nehme dich nach. Ja. Und da ist sie nicht ganz recht. Da hat sie nicht ganz recht. Die ganze Sache mit dem immer irgendwie... ... in Schwierigkeiten zu kommen. Na dann, nur wie gerade, Hafenviertel. der Goldenen Störer. Lass ihn in Ruhe, fangen wir damit an. Danke. Sie sind mehr determined. Sie sollten sie nicht crossen. Ich habe sie gesagt. Ich bin zu lassen, die Menschen aus diesem Störer, weil einige Thugs mich beschränken. Es ist nicht möglich. Es ist so schön, Sie sehen Sie. Und Sie, Ciri? Wer ist Ihr charmant Schumpf? Geralt von Rivia. Das Geralt! Sehr schön, dich zu treffen. Ich habe so viel gehört. Ciri, hast du nicht etwas, was zu bemerken? Genau. Also, was bringt dich hier, Lieblings? Ich wollte euch für alles bedanken. Oh, stop! Niemand hätte das gleiche gemacht. Niemand hätte das gleiche gemacht. Danke. Danke. Oh, das ist klar. Der nächste Kobold nennt sich Waldo. Also, deine Freundin Bea. Was für sie? Nichts. Sieht gut. Geralt. Du bist schrecklich. Du bist schrecklich. Ja. Ja. Du bist schrecklich. Du bist schrecklich. Du bist schrecklich. Triss hat dich nicht versucht? Ja. Sieht nicht. Sieht nicht. Sieht nicht. Sieht nicht. Sieht nicht. Du bist schrecklich. 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 Ich hatte kein Koffer. Dann habe ich Waldo. Er und seine Truppe geholfen. Dann hat mich an B. Und durch B. Und durch B. Ich habe Dandelion gefunden. Du kennst das Rest. Wo ist dieser Mann von dir? Da. Ciri! 3 Mohne. 1 R 7 7 8 10 11 10 Hm. Hm. Any way we can help? Oh, don't fret about us. We always get by somehow. Right, Siri? What brings you here? I've come to apologize. I disappeared so suddenly, then... Ah, pish posh. What matters is you're back, and you're well. This is for you. All that you loan me, plus a small premium. Siri, you know I can't take this. And you know I shan't let you refuse. Hm. I know. We'll make it the pot for a wager. Haha. Do you still race? Of course. Then I challenge you. Geralt, will you join us? Easy. Easy going. Gladly. A man after my own spirit. Come. Germ. Stop that. Stop that. Grad, choose one of these. Come, come. What? Once of these. Get your gel. Schau an, wo du gehst, oder fallst du. So, hier, easy, das geht doch gut. Wie was, ich hab nachgelassen. Schau dir das an. Ah, guck mal. Easy. Easy going. Ich kann trotzdem dich betrachten. Ich lasse dich gewinnen. Schönes Rennen! Ein fröhliches Völkchen. Schönes Rennen. Wir waren, die zwei von uns, auf der Mautantop. Ich sah sie und... Und fühlte mich, dass ich genau wo ich war, wo ich zu sein soll. At long last. More wine? Thanks. Ich bin glücklich, dass wir hier sind. Ich auch. Ich bin glücklich, dass wir hier sind. Ich bin glücklich, dass wir hier sind. Ich bin glücklich, dass wir hier sind. Ich habe Angst, dass wir hier sind. Was erwartet uns? Ach, komm. Was meinst du? Du hast es gebeten. Ingestellte? Manchmal wünsche ich, dass ich wie sie sein könnte. Betrunken? Drunk oder giggler. Was auch immer, heute ist deine Chance. Nicht, was ich meine. Ich möchte, dass ich normalerweise sein würde. Das Problem ist, du bist nicht. Du warst zu großartig. Wie ich habe gehört, seit ich geboren wurde. Oder wegen dieser Gelegenheit. Dieses verdammte Älterblut. Mein Gift. Meine Kurse. Es hat mir alle diese Werte gegeben, aber es ist auch dafür, dass ich mein Leben fliege und schiebe. Was ist das? Guck mal hier. Das... Diese Antwort. Die obere. Fasst das alles super zusammen. Eridin tot. Ergo keine Wilde Jagd mehr. Ergo keine Kobolde, die sie... töten wollen. Eridin. Dann ist es Zeit zu Ende. Als wir die Eridin verletzen, werden wir freiwillig. Wirklich? Eridin ist gar nicht alleine. Es gibt andere. Sie haben für mich. Es waren die Sorcererinnen der Lodge. Jetzt ist es mein Vater. Auch Yennefer. Du vergisst Avalach? Avalach, Stiffen. Er ist intensiv, dass mein Gift nicht in die falschen Hände fallen. Nicht aus Kontrolle. Das ist, warum er mich tut. Er schützt mich. Hoffentlich hast du recht. Wenn du so sagst. Du schaust es? Es kommt ein Tag, wenn Avalach dich für ein Favorit zu fragen. Vielleicht. Aber wenn du so, dann wird es ein sehr, sehr lange Zeit von jetzt. Und ich bin sicher, dass es, dass er mir eine Wahl geben wird. Ich habe die Möglichkeit, zu retten. Ich hoffe, du bist richtig. Das ist Pablo. Ich versuche, zu lernen, wie zu juggle einen Tag. Eine unglaublich sinnvolle Art. Ich habe endlich gefunden, du zwei. Du möchtest dich? Du bist gut. Du bist gut. Ich habe das erste ständige Wormgefäden geschaffen. Deshalb hast du nicht gesagt. Ich habe diese Ausrede genommen. Ich habe das die Vorbewegung bekommen. Ich weiß, dass ich ein Bälle verbrief. Ich habe trotzdem versucht, drei Arms und ein Hohes gefahren. Ich habe nur ein Beziehungsmittel geschickt. Wir brauchen einen Hohes. Wir brauchen eine Suche finden. Aber wir müssen finden, auch noch eine Lösung. Phägglich, ich habe zu lösen. Ich habe das greifen. Ich wusste, dass du dich wärmerst. Wir wollen, um die Manns Stable zu machen. Dass du ein Tag über dünnstst. Mit 30 Head, ein paar mehr oder weniger machen Lipgüge, in sein Leben. Auf bis zum익! 24k, ich kaufe so, ich passt. Und er fühlt sich nicht aus, wir haben keine Wahl, aber von ihm zu stehlen. Ich weiß nicht, das scheint nicht die beste Idee zu sein. Geralt, stopp schlafen. Wir werden nicht den Pferde stehlen. Und es ist endlich eine Chance, etwas anderes zu machen, als aus dem Wildhunt zu gehen. Nicht uns bewegen. Ah, was kann ich tun? Ich muss ihnen helfen. Ja, ja, ja! Ich muss sagen, du warst nicht der Typ für mich. Welcher Typ? Stattig. Zeit, zu gehen. Wir treffen uns bei den Stabeln. Agar, schau mal an. Wir versuchen, Sirius und ich rein zu kommen. Alles klar. Warte, warte hier. Ich gehe rein. Ich öffne die Tür für dich. Schau den Geräusch ab. Lockt. Ich muss einen anderen Weg finden. Nein. Da hochklettern. Da hoch durchs Fenster einsteigen. Ne, geht nicht. Aha, da schau an. So, können wir hier runter droppen. Ups. Rückknüppeln wir den weg. Oh, wegrollen. So. Blocken. Nein, ich hab geblockt. So, down. Pferde, ruhig. Ruhig. Ruhe. 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 So. Du machst auch noch Stress. Ruhe. Davon macht noch eins Stress. Weißt du auf Stress zu machen? So. Passt. Da schau an. Alle Pferde ruhig. Und alle Pferde blocken mich. Und ich komm da jetzt nicht vorbei. Nice. Lass mich da raus. Verdammte Scheiße. So. Abgeschlossen. Brauch ich einen Schlüssel. Hast du den Schlüssel da gelassen? Nö. Dann gucken wir mal wo der Schlüssel ist. Zwirn. Ohren. Leere Flasche. Noch mehr Ohren. Da liegt er. Ich seh ihn. Ich seh den Schlüssel. Ja. Hier ist der Schlüssel. Ruhige. Ruhige die Pferde mit dem Axte-Zeichen. Die sind doch schon alle beruhigt. Zwei von drei. So. Komm hier. Du noch. Auf. Pferd. Bleib hier. Lass mich nicht targeten. So, passt. Drei von drei. Alle Pferde. Ruhig. Wollten wir nicht nur drei stehlen? Mit ihren eigenen Kuchen. Danke, Geralt. Das war fantastisch. Ja, ein schöner Veränderung von Kötzungen zu töten. Danke für deine Hilfe. Und für die Besuchung. Es war so gut, dich wieder zu sehen. Häng da rein und sich um dich zu beachten. Nicht vergessen. So lange. Ich muss Valzo sagen. Okay, dann sehen wir uns an Dandelions. Ich habe ein paar Dinge, die in der Stadt zu beachten. See you, Geralt. Diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. War mal ein bisschen was anderes. Sind mit Ciri hier durch die Gegend gerannt und haben... Ich sag mal... ...noch offene Enden wieder zusammengeknotet. Und dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Bei Ja, zeig müsst ihr auch in Form vom Kommentar und einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bei The Witcher 3 Wild Hunt. Stan, haut rein. Und ciao.